Herzlich Willkommen zu dem Game Event 2015. Alle wollen die Erzeten sehen, hier sind sie. Der flinke Billy Blueberry und der kräftige Marco Mocka. Drei, zwei, eins, yo! Links sammelt Marco Mocka fleißig Kaffeebohnen. Rechts Billy Blueberry die Blueberries. Und jetzt schnappen sich beide das Power-Up, das sie für kurze Zeit die Gegend aus dem Weg räumen lässt. Beide drehen auf. Was für eine Action! Wer am Schluss gewinnt, entscheidest du. Stelle einen Highscore auf und gewinne Ferien im Wert von 10.000 Franken. Lade deine Freunde ein und erhöhe damit deine Gewinnchancen zusätzlich. A oder B. Vote and win. Jetzt spielen!